ja hallo hier ist akti valeribasch vom stb clan ich verfolge hier gerade jemanden der glaube ich will eine mission machen wollen wir mal schauen ob ich ihn erwische so ich bin jetzt an der westlichen seite der mission angekommen und jetzt schauen wir mal ob ich ihn irgendwo sehe oder unten da ist ein mtv vielleicht ist es seins kann ja nicht so ein zufall sein dass das jetzt gerade ein gespawntes mtv ist mal schauen ich fahre mal näher ran wenn ich den nur mal sehen würde mit meiner sr-25sd wäre dann sowieso gleich tot wo versteckst du dich nur mal noch mal ein platz wechsel ja ich vermute dass der irgendwo da drüben ist auf dem hügel im osten sie aber nicht ja auch keine schüsse da Ich denke, ich gehe mal da rüber. Okay, da bewegt sich was. Zombies spawnen. Oh, da ist er, da ist er. Zitter nicht so, hör auf zu zittern. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Oh, da ist er, da ist er. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Oh, da ist er, da ist er. Oh, da ist er, da ist er. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Oh, da ist er, da ist er, da ist er.